Funglück über Adeles Tour schlägt in Ärger um, unzählige Menschen lieben Adeles, 33. Musik, am 19. November erscheint ihr neues Album 30, eine Tour folgt. Doch die Konzertkarten sind begehrt und sorgen bei den Menschen jetzt für Funwut, Fans enttäuscht wegen Blitzverkauf für Adeles Tour. So schnell konnten die Fans kaum gucken, da waren die Tickets für Adeles Konzerte online schon wieder weg. Innerhalb weniger Sekunden waren alle Eintrittskarten abverkauft. Die Fans, empört über den Blitzverkauf, aus der Lust, Adeles live zu sehen, schlagen nämlich manche Menschen Profit. Im Internet werden die Karten nun zu Bucherpreisen angeboten. Wie dreist die Angebote sind und wie verärgert die Fans, erfahren Sie oben im Video. Möngstuck Andy Untertitelung des ZDF, 2020